Hallo und viele Grüße aus dem Rappers in Hauptpartie in Berlin. Zunächst einmal möchte ich Jeremy für seinen verdienten Sieg im VBT 2015 gratulieren und mich sowohl bei ihm als natürlich auch bei Frank Hemd und allen anderen Teilnehmern, Unterstützern und Zuschauern für ihre Hilfe bedanken, die das VBT zu etwas ganz Besonderem gemacht haben und es nach der Pause im Jahr 2014 wieder aufleben und aufblühen ließen. Ich hatte dieses Jahr wieder richtig viel Spaß am Turnier. Mich erreichen etliche Fragen, wie es nun mit dem VBT weitergehen wird und auch was in naher Zukunft von Jeremy zu hören sein wird, interessiert sicher viele brennend. Darüber möchte ich heute so gut wie möglich informieren und eine kleine Überraschung gibt es am Ende auch noch. Beginnen wir zunächst mit Jeremy, der sich jetzt nach 10 Monaten VBT erst einmal etwas vom Dauerstress erholen muss, insofern das sein Studium denn zulässt, aber natürlich sehr bald mit seinen Albumarbeiten beginnt. Mit der Reise nach Miami warten wir noch bis zu den Semesterferien, denn trotz unglaublichen Rap-Talents meint er her auch noch etwas Anständiges lernen zu müssen. Bis zu seinem Album, dessen Release-Date noch nicht hundertprozentig feststeht, werden wir euch aber natürlich über alles bezüglich der Produktion, den Ausflug nach Disney World und den Universitäts Harry Potter Land und ob ein Jafar überhaupt nach Amerika darf auf dem Laufenden halten. Aber wie geht es mit dem VBT weiter? Auf Rap Us In und Facebook habe ich ja ab und an schon mal angemerkt, dass es im nächsten Jahr kein VBT in der bisherigen Form mehr geben wird. Dies möchte ich nun ein wenig konkretisieren. Das VBT 2016 findet statt, allerdings nicht mehr als offenes Turnier mit über 1600 MCs, sondern als deutlich kompaktere Version mit nur 64 Teilnehmern. 32 davon werden vom Publikum ausgewählt, die andere Hälfte von mir und der Rappers In-Redaktion. Die Gründe für dieses neue VBT-Elite sind allesamt relativ schnell erklärt. Das große Turnier mit seiner Vielzahl an Rappern krankt in der Vergangenheit häufig unter seiner langen Dauer, verbunden mit kurzen Fristen und wir waren zu Beginn immer gezwungen, eine mindestens 500-köpfige Jury aufzustellen, unter der sich noch viele schwarze Schafe befanden, die nicht die von uns und von den Zuschauern erwartete Bewertungsqualität erfüllten. Ein kleineres Turnier wirkt diesen Problemen entgegen und bietet uns die Möglichkeit, dafür an anderen Stellen noch viel zu optimieren und mehr auf die einzelnen Teilnehmer einzugehen. Zudem können nun endlich mal von Beginn an alle Runden direkt hier auf dem Rappers In-Channel zu sehen sein. Allerdings war mein Credo auch immer, dass sich wirklich jeder bei uns im Battle beweisen können soll. Daher wird es für alle, die einfach nur mal Lust haben, hin und wieder zu battlen, ohne sich den Stress eines ganzen Turniers aussetzen zu wollen, oder die es nicht in das editäre VBT schaffen, ab nächstem Jahr zusätzlich noch eine Video-Battle-Liga auf Rappers In geben. Hier kann man jederzeit und ohne große Umstände einfach ein Battle starten. Ähnlich wie in vielen Sportarten soll es hier drei Ligen geben, mit ständigen Auf- und Abstiegen und der Möglichkeit, sich für das nächste VBT zu qualifizieren. Das System selbst wird sich von der bekannten und großartigen Audio-Battle-Liga RBA jedoch etwas unterscheiden. Genaueres sowohl zum VBT, dem Beginn und Ablauf der Qualifikation und der Preise, als auch zum Start im Konzept der Battle-Liga erfahrt ihr in gesonderten Videos, sobald es langsam ernst wird. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich auf das nächste Jahr und freut euch wieder auf spannende Newcomer, ein paar altbekannte Gesichter und vor allem knappe Battles mit vielen Überraschungen. Schöne Woche euch noch, euer Ab. Ach ja, und von einer Überraschung war zu Beginn ja auch noch die Rede. Den ersten Advent, also Sonntag, den 29.11.2015, solltet ihr euch dick und fett im Kalender markieren, damit ihr nicht vergesst, um 18 Uhr hier auf YouTube das große VBT 2015 All-Star-Battle zu feiern. Ich habe zwei Teams gebildet und so werden sich AT, AKU, Kleptomatic und Schliefer noch einmal das Mic schnappen und gegen das Team bestehend aus Genome, Frank Kemp, Dima Richman und Davo antreten. Alles jedoch nur zum Spaß, ohne Wertung, ohne Rückrunden und zur puren Unterhaltung. Also nicht vergessen, am ersten Advent um 18 Uhr soll es soweit sein. Jetzt aber wirklich viel Spaß und eine schöne Woche noch.